Moinsen, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein paar Tipps und Tricks und ein paar Sachen, die vielleicht versteckt sind in der ACC, die du noch nicht kanntest. Kommen wir mal zum Boxenstopp. Wusstest du, dass wenn du beim Boxenstopp schon bei circa drei Sekunden die Zündung drückst, dass du sofort losfahren kannst auf Null und manchmal sogar ein bisschen schneller bist, wenn du beispielsweise in einem BMW sitzt und dadurch extrem viel Zeit sparen kannst? Nicht, dann möchte ich dir das kurz mal zeigen. Wir gehen mal in den Boxenstopp, wir fahren mal ganz kurz nach vorne, auch ein bisschen Sound für euch und wir fahren jetzt mal vorne auf das Boxenstopp-Feld zu und dann zeige ich dir, was ich meine. Wir müssen ja gleich die Zündung ausmachen, damit das Auto in den Boxenstopp reingeht und dann wirst du sehen, oh Wunder, oh Wunder, du platte Flunder, was du da machen kannst. Also, Zündung aus, wir rollen mal ganz langsam drauf zu, machen jetzt unser Boxenstopp, werden jetzt angehoben, 30 Sekunden, das lassen wir mal kurz runterlaufen. Wir können währenddessen schon wieder die Zündung anmachen. Ihr habt Klicken gehört, das ist an. 5 Sekunden, 3, wir machen die Zündung an, wir gehen runter und können schon losfahren, bevor der Timer abgelaufen ist. Das ist übrigens auch relevant für Endurance-Rennen. Denn wenn du das nämlich in Endurance-Rennen machst, dann kriegt dein Kollege schon das Auto angelassen zurück. Das heißt, er muss nicht da stehen und die ganze Zeit auf die Zündung drücken oder den Starter, um das Auto zu starten. Das heißt also, wenn er auf 0 ist und du bei 3 oder 4 Sekunden die Zündung drückst und gedrückt hältst, das ist ganz, ganz wichtig, fährst du A in deinem eigenen Boxenstopp, wenn du alleine fährst, schneller los. Und B, dein Kollege im Endurance-Rennen kann einfach losdüsen. Kommen wir zum nächsten Tipp. Das ist, glaube ich, eine der meistgestellten Fragen da draußen, die es gibt. Und ich verbinde jetzt gleich mal zwei Tipps in einen. Und zwar folgendes. Du stehst in der Boxengasse und willst jemandem zugucken, wie er fährt und hast in der Mitte die Map. Und dann sieht das bei dir so aus und du versuchst irgendwie rauszufinden, wie andere Leute irgendwie mit der Gänge fahren und wie das ganze Kladderadatsch dazu aussieht. Und du fragst dich immer, wie das funktioniert, dass andere Leute auf dem Server sitzen und Leuten ständig zugucken. Erster Tipp. Wenn du hier oben den Pfeil drückst, dann verschwindet die Karte und du siehst mehr. Super simpel. Hat bei mir ewig gedauert, bis ich das rausgefunden habe, bis ich das mal gedrückt habe. Aber du kannst das alles ausblenden, indem du einfach diesen Pfeil drückst. Jetzt kommt das Nächste. Wenn du auf dem Server bist, in dem Multiplayer und du drückst auf Drive, stehst du in der Box drinnen. Jetzt kannst du, und zwar anhand der Anzeige, die du unten links findest, die jetzt hinter mir versteckt ist, kannst du diese ganze Liste durchgehen mit Fahrzeugen, und zwar mit Shift-Pfeiltaste. Das heißt, Shift-Pfeiltaste nach links gehst du nach oben, Shift-Pfeiltaste nach rechts gehst du nach unten. Das heißt, du kannst mit Shift-Pfeiltaste, also auf der Tastatur drückst du Shift und dann die Feiltasten, die unten sind, kannst du die ganzen Autos durchskippen und du kannst, wie du siehst, auf der anderen Seite drüben, kannst du alles sehen, was A, für Eingaben gemacht werden, B, was für eine TC, ABS, Mapping und so weiter gefahren wird. Das Einzige, was du nicht sehen kannst, sind die Reifen und der Sprit. Das wird nachher auch im Endurance-Rennen auch ausgeblendet, wenn du bei deinen Kumpels zuguckst, mit denen du gemeinsam fährst oder mit den Fahrern, mit denen du unterwegs bist, wird das ausgeblendet und dir nicht gezeigt. Also, Shift-Pfeiltasten in der Box, wenn du auf Drive drückst, kannst du alle Autos durchswitchen und sie dir angucken. Der nächste Tipp, wusstest du, dass wenn du F7 drückst, in die freie Kamera kommst, dann kannst du dich nämlich frei bewegen mit den Pfeiltasten. Da gibt es aber auch einen kleinen Trick, den ganz viele Menschen nicht kennen, und zwar, wenn du die Pfeiltaste drückst, um dich zu bewegen, kannst du mit dem Mausrad, also wenn du das Mausrad jetzt nach oben drehst, kannst du deine Bewegung einfach schneller machen. Wenn du das Mausrad wieder zurückdrehst, kannst du die Bewegung ganz, ganz langsam machen. Für Kamerafahrten beispielsweise, wenn du dich jetzt so bewegst mit der Maus, hast du normale Bewegung, wenn du dich jetzt aber mit der Pfeiltaste bewegst, wie du gerade siehst, wird es langsamer. Das heißt, wenn wir, wir drehen jetzt mal wieder auf volle Möhre, also ich drehe mal Mausrad, kannst du das die ganze Zeit langsamer und schneller machen, je nachdem, wie du es gerade brauchst. Also, an der Stelle, F7, Mausrad für langsamer und schneller. Zurückspringen kannst du übrigens, wenn du beispielsweise F1 drückst, mit der F1-Taste kannst du alle Kameraperspektiven an deinem Auto durchstellen, also von der Innenperspektive bis zur Außenperspektive. Ist vielleicht auch relevant, wenn du Endurance-Rennen fährst und jemanden spottest. Und auf F3 kannst du die Kameraperspektiven durchswitchen, die TV-Kameras. Noch ein weiterer Tipp, wenn du F6 drückst, hast du auch nochmal Kameras aus dem Auto. Das sind dann die Broadcaster-Kameras, die du normalerweise nur findest, wenn du im Replay unterwegs bist. Aber hier kannst du sie auch mit Shift-F6 kannst du sie auch durchskippen und kannst auch so als Beifahrer zum Beispiel bei deinem Kollegen mitfahren, wenn du da Bock drauf hast. Eine weitere interessante Geschichte findest du noch in den Optionen. Das ist auch eine sehr oft gestellte Frage, weil Menschen zum Beispiel mit Triple-Screen fahren oder Ultra-Wide und ihr Menü oder ihr Hut einfach super weit nach außen geschoben ist. Dazu findest du, wenn du in die Option gehst, bei Hut findest du hier oben eine Left-Margin und eine Right-Margin. Ich mach das jetzt mal für dich hier. Wir gehen mal ganz kurz auf 1920, weil das ist nämlich für mich an meiner linken Seite. Am linken Monitor wirst du gleich sehen, unten links wird alles wieder auftauchen. Wenn wir jetzt auf Drive drücken, siehst du, mein Overlay ist wieder da. Also hinter mir jetzt hier hinter der Kamera sind die Relatives drauf und oben ist auch alles zu sehen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder reingehen würde, um dir das nur mal zu zeigen und wir machen jetzt hier einfach mal 2000, siehst du, wie unten rechts jetzt, Moment, das verschoben ist in die Mitte rein. Also da drüben kommt das dann in die Mitte rein und so kannst du das für dich hin und her schieben, wo du es hin haben möchtest und kannst das dann nach deinen, sag ich mal, Präferenzen anpassen. Jetzt möchte ich dir noch eine Sache zeigen, die für mich persönlich ein absoluter Gamechanger war. Wir kennen es alle, wir haben einen Computer, ein Lenkrad und wir wollen losfahren und stellen dann irgendwann fest, scheiße, mein Lenkrad hat ja gar nicht genug Tasten. Ich krieg ja da alles gar nicht rauf. Dann fangen Leute an, sich Buttonboxes zu kaufen und Tastaturen zu belegen und den ganzen Kladderradatsch. Es gibt aber eine Möglichkeit, dass du Tasten doppelt belegen kannst, denn du kannst nämlich, wenn du in die Optionen gehst, in die Controls gehst und ich dir jetzt als Beispiel einfach mal die TC umstelle, denn ab und an gibt es ja Kurven, in denen du andere TCs fahren möchtest und wir nehmen jetzt einfach mal das hier raus und wir sagen, wir wollen TC4 und das kannst du jetzt hier gerade sehen auf dem Lenkrad. Hier ist mein Daumen, ich belege das hier drauf, das ist Button 3, kannst du sehen, hier unten wird es ja auch gezeigt und dann gehen wir mal hier auf den Pfeil und dann haben wir Extended Input und da drückst du jetzt mal drauf und dann kannst du hier sagen, eine Sekunde oder noch weniger. Wir stellen das jetzt mal auf eine Sekunde und dann gehen wir auf TC5 und packen denselben Salat da nochmal drauf. Und hier sagen wir jetzt aber, wir machen zwei Sekunden. Das heißt, wir machen hier oben das nochmal, Moment, wir drücken da jetzt drauf, wir haben jetzt TC4 und TC5 belegt und dann gehen wir auf unser Auto, wir sagen jetzt einfach nochmal Back to Garage, drücken auf Drive und jetzt kannst du unten rechts sehen, wir haben jetzt ja TC5 eingestellt, wir drücken jetzt einmal drauf, TC4, jetzt drücken wir länger drauf, TC5. Das kannst du sowohl auch hier sehen, zack, TC4, länger drauf drücken, TC5. Und so kannst du dir Knöpfe doppelt belegen. Und so habe ich in meinem Down-Bereich vier Tasten, die ich extrobitant oft belegen kann. Das heißt, ich hätte theoretisch nicht vier, sondern acht Tasten. Und das kann dir da draußen helfen, wenn du Lenkräder hast, wo relativ wenig Buttons drauf sind. Nochmal für dich in Kurzform. Wir gehen in die Option, Controls, suchen uns die jeweilige Funktion raus, weiß ich, Cycle Wipers. Dann können wir Extended Input wählen, dann kannst du deine Zeit machen, also eine Sekunde oder zwei Sekunden. Und dann musst du einfach länger drücken oder kurz drücken und hast zwei Knöpfe auf einem. Jetzt kommen wir nochmal zu einer Sache, die mich wirklich jahrelang genervt hat. Und zwar, wenn wir jetzt mal hier ganz kurz meine Maus nehmen, haben wir ja hier oben rechts immer solche Ratings stehen. Und das hat mich jahrelang gestört, weil ich will das ja gar nicht wissen. Das interessiert mich ja gar nicht, weil ab einem gewissen Punkt bist du ja so viel gefahren, dass die Zahlen sich nicht wirklich mehr großartig ändern und das für dich keinen Unterschied macht. Und das kann man ausblenden. Das ist leider nicht in den Optionen, aber ich zeige dir, wie das geht. Du gehst also in einen Browser, du öffnest dir ein Browser-Fenster, dann gehst du auf Dokumente, dann wählst du Assetto Corsa Competizione aus, dann gehst du in Config und dort findest du allerhand Dateien. Und unter anderem findest du dort auch eine, die nennt sich hud.json. Die kannst du einfach öffnen, da sagst du, also bei mir ist es jetzt schon ausgewählt, du kannst auch sagen, öffnen mit, dann nimmst du den Editor, öffnest das und dann öffnet sich eine Datei. Und in dieser Datei befindet sich eine einzige Zeile, die für dich super wichtig ist. Und zwar findest du hier oben zwei Teile. Und zwar hast du hier einmal Rating, Widget, Visible und dann Rating, Widget, Practice, Focus. Und da steht bei dir wahrscheinlich eins drin. Jetzt schreibst du dahinter einfach eine Null. Das musst du übrigens machen und das ist ganz, ganz wichtig, das musst du machen, wenn ACC aus ist. ACC darf nicht an sein. Dann gehst du in diese Datei, schreibst jeweils Null rein, dann machst du STRG S für Speichern oder du gehst hier oben auf Speichern. Dann schließt du den Salat und dann machst du Rechtsklick auf die Datei, gehst auf Eigenschaften. Bei mir ist es jetzt nicht drin, aber du machst dann den Schreibschutz rein, dass in dieser Datei nicht mehr geschrieben werden darf. Und dann ist das weg. Und dann wirst du es auch nicht mehr wiederbekommen. Es ist einfach weg und verschwunden. Und dann hast du einen schönen aufgeräumten Bildschirm. Dann kannst du theoretisch, wenn du puristisch fahren möchtest, alles hier noch runterschieben oder alles ausmachen den Hatz. Und dann hast du einen freien, schönen, leckeren, clean Bildschirm zum Fahren. So, das sind meine Tipps und Tricks, die ich dir mitgeben möchte für Anfänger, Fortgeschrittene. Vielleicht hast du was dazugelernt. Das sind so Sachen, die sich über die Jahre bei mir so ein bisschen gesammelt haben, wo ich des Öfteren mal mitbekomme, dass der ein oder andere eine Frage stellt und ich dir die damit mitgeben möchte. Lass mich doch mal wissen, was du davon schon kanntest oder was jetzt für dich neu gewesen ist. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Oder hast du vielleicht auch Dinge, die ich noch gar nicht weiß und noch lernen kann, dann schreib das auch in die Kommentare. Schön, dass du dir das Video angesehen hast. Ich hoffe, du hast damit Spaß gehabt, hast was gelernt oder ich lerne was von dir. Das wäre auch geil. Dann lass mir doch noch ein Däumchen da. Zieh mal den Abo-Button, mach die Glocke an und schreib noch einen Kommentar. Und dann wünsche ich dir einen unglaublich schönen Tag. Vielen Dank und bis den Dänsen.